Was? Du hast gelacht. Bitte? Du hast gelacht, als er sie vor allen anderen bloßgestellt hat. Ja, das war ja auch komisch. Das war gemein. Ja, das auch. Lieb du? Ja, aber guck mal, du hast neulich auch gelacht, als Carrie bei King of Queens Duck fertig gemacht hat. Ja, aber das ist auch was ganz anderes. Ja, natürlich. Okay, Männer dürfen sich lächerlich machen, das hat Charme. Bei Frauen wirkt es würdelos. Willst du mir damit sagen, dass Frauen nicht komisch sein können? Doch, komisch schon, aber nicht lächerlich. Weißt du, wenn wir zwei Schauspieler wären, ja, dann wäre dieses Gespräch hier eher tragisch. Gehst du wieder rein? Ich will, dass du wieder bessere Laune kriegst. Im Kino nebenan läuft gerade The Women. Und im Saal daneben läuft gerade The Fast and the Furious. Ja, also eigentlich war das ja eh ein Scheißstück, oder? Ne? Na komm. Sieben Monate sind eine lange Zeit. Sieben Monate verliebt sein, sich den Angebeteten in allen erdenklichen Farben ausmalen. Die Realität ist ernüchternd. Malen nach Zahlen. Ich fühle mich noch zu jung für Kinder. Und überhaupt habe ich viel zu wenig erlebt, um schon ans Altwerden zu denken. Aber die Option sollte vorhanden sein, oder? Oder nicht? Ich stehe nicht so sehr auf Autos. Wie ist das? Es geht an, auch Autos. König. Ich stehe nicht so sehr auf Aufrufen. Wir